Jungs, ich hab gar keinen Bock mehr auf meinen Intro-Spruch, ich brauch irgendwie einen neuen, der ist irgendwie 4.08.15, der ist scheiße. Wär nett, wenn ihr mir ein paar neue Ideen für den Intro-Spruch in die Kommentare schreibt, wäre korrekt von euch. Jo, im Hintergrund seht ihr heute ein Ghost-Gameplay von mir, ich werde das hinterher ein paar Ghost-Gameplays hochladen, ich wollte jetzt noch ein paar Gameplays von mir hochladen, damit ihr auch ein bisschen meinen Spielstil kennenlernt und so weiter. Ich weiß noch nicht, ich denke mal, das ist eine 3,5 Minuten-Cam oder so auf Octane mit der Honey Badger, vielleicht tue ich auch noch ein anderes Gameplay in den Hintergrund, ich weiß noch gar nicht, aber. Und wird sich spontan entscheiden. Das Video hier ist jetzt nur ein Ankündigungsvideo, also was auf meinem Kanal, was ich mir vorgestellt hab, was zur nächsten Zeit auf meinem Kanal hochgeladen wird. Und ich hab mir bis jetzt 2 Serien überlegt und 1, 2, 3, 4 Themen-Kommentaries bis jetzt. Und die Serien sind einmal Real-Life-Stories, da werde ich dann halt irgendwas aus meinem Real-Life-Bisschen erzählen, was mir da passiert ist oder ja keine Ahnung. Und dann, die zweite Serie ist Road-to-Life-Cam mit Random-Class, da werde ich dann auf der PS4 in Ghost, da kann man ja, auf der PS2 glaube ich auch, keine Ahnung, kann man ja einfach die Options-Taste drücken und dann, oder, ja, Option, ja, ich glaub schon, drücken und dann kriegt man eine zufällige Klasse zugewiesen und dann werde ich halt mit der spielen. Und vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich da dann jede Runde hochladen, weil wenn die Runde dann, keine Ahnung, 0 zu 20 ist, was ich, nein, was nicht vorkommen wird, aber kann ja auch mal wirklich sein. Ähm, das werde ich ja nicht hochladen, aber ich denke mal so, alles, was so über 13, 14, 15 Asterix ist, werde ich dann hochladen. Und, ähm, Killerstar10, auch ein Member von Teamkiller, hat mich gefragt, ob wir das nicht zusammen machen sollen, weil er hat auch einen YouTube-Channel mit, also nicht, irgendwie irgendwas mit 100 Abonnenten, ähm, ob wir das dann nicht zusammen machen sollen, halt zusammen aufnehmen. Und jeder dann auf seinem Channel hochladen soll, aber da bin ich mir dann nicht so sicher, ob ich das mache. Ähm, ja. Und, dann zu den Themen-Kommentaries, also zu den Themen, die in den Kommentars verwendet werden. Einmal das Thema, warum habe ich mit YouTube angefangen, da werde ich dann halt so ein bisschen erzählen, wie ich auf YouTube gekommen bin und so weiter. Also, das ist ja eine Standardfrage, macht ja jeder YouTuber eigentlich. Dann, äh, das zweite Thema, das wird, denke ich, mal in zwei Parts unterhalten werden oder irgendwie sowas oder in drei. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Kommt drauf an, wie lange das Gameplay im Hintergrund da ist. Ähm, die Anfangszeit vom Skaten, beziehungsweise Bladen und wie ich dazu gekommen bin. Ich hab ja schon bei meiner Vorstellung auf dem Teamkiller-Kanal, mein, ähm, halt erzählt, dass ich am Bladen bin. Das ist sowas wie Skateboard fahren, BMX fahren oder Scooter fahren auf Rampen. Halt in Skateparks oder draußen irgendwo. Und, äh, da werde ich dann halt ein bisschen erzählen, wie ich damit angefangen habe, wie lange ich das schon mache, wo ich das mache, mit wem ich das mache. Und, halt, wie, wie ich generell dazu gekommen bin und sowas. Ja, ähm, dann das dritte Thema, also, ja, das wird eher so, auch wahrscheinlich in eins bis zwei Folgen aufgenommen oder hochgeladen werden. Ähm, äh, ITSX3 macht einen Road to Commander. Das ist ein guter Zocker-Kollege von mir, der hat mir halt auch mein Render-Programm und so gegeben und erklärt, wie das geht und halt so weiter. Und der macht halt mit seinem neuen Account einen Road to Commander und da werde ich dann, denke ich mal, bei in eins bis zwei Folgen oder, weiß nicht, vielleicht auch mehr bei ihm mitspielen. Dann werde ich das auch in meinem Kanal hochladen, halt aus meiner Sicht. Und dann das letzte Thema, was ich bis jetzt noch habe, ist, äh, das Verhalten in der Community. Wie sich die Community generell so verhält, warum wir uns immer alle gegenseitig abfacken müssen und so ein Scheiß und, ja. So, das war's dann auch schon für heute und ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und einen Kommentar. Und dann schreibt mal bitte in die Kommentare, was für Themen oder, was für Themen ich in den Kommentaren verwenden kann oder was für Serien ich hochladen soll. Ich würde mich freuen. Und, äh, der Kanal von ITSX3, von Killer ist da und von Team Killer wird natürlich in der Beschreibung verlinkt sein. Jo, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, haut rein, tschüss, ciao, tschüss.